ja willkommen bei profi schnapp.de hier in impfingen showroom und hier jetzt direkt auf der fotofläche zeige ich ihnen dieses hukla modell np02 ein relax sessel eine liege in büffelleder rot ein messestück sie haben hier kein kabel sie können die liege drehen den zessel drehen und sie haben nur drei knöpfe erster knopf fußteil zweiter knopf rücken jetzt passen sie auf der sessel kippt damit kommen die füße die beine ich bin schwabe die beine weiter hoch knieposition herzposition herzwaage unglaublich entlastend wenn man viel steht kriegt man dicke beine hier hat habe ich die optimale entlastung und auf der linken seite ist noch ein knopf da kommt das kopfteil vor so kann ich zum fernseh schauen also eine tolle liege mit optimaler bequemlichkeit eigentlich mehr wie ein relax sessel weil sie einfach länger ist und praktischer one touch ein knopf für eine funktion also einmal drücken so zweimal drücken so und zack 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 ist der ist die liege wieder ein sessel so bequem unheimlich bequem was für sie wird mich freuen schnappen sie zu hukla np02 liege speziale dankeschön hier lutz reinhardt